Meine lieben Horrorhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wattpad Horror. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und begrüße euch natürlich auch zurück auf meinem Kanal. Auch heute starten wir mit einer Weisheit von TikTok. Use sound immediately for new relationships. Ich finde es grundsätzlich immer sehr toll, wenn Menschen sich dazu entscheiden, anderen Leuten bei solchen komplizierten und komplexen Sachen wie Beziehungen zu helfen. Es gibt ja da auch genug Coaches und diese Person mit diesem TikTok macht das sogar kostenlos. Also vielen Dank an dich. Wir wissen jetzt alle, was wir tun müssen. Und es wird natürlich auch absolut hilfreich sein. Also das steht völlig außer Frage hier. Wie auch immer, das war es mit der heutigen TikTok-Weisheit. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute verkünden kann, dass wir mit einer neuen Story starten. Eine Story, die ich ausnahmsweise mal wieder selber gefunden habe. Und ich weiß ja auch nicht, was los ist, aber wir kommen auf diesem Kanal, kommen wir einfach nicht weg von entweder Harry Potter Fail Fictions, egal auf welchem Format oder in welcher Art und Weise die geschrieben sind. Und natürlich ist One Direction auch immer wieder mit dabei. Ein gern gesehener Gast hier. Und die Jungs tun mir echt leid. Ich weiß nicht, wie viele trashy Fail Fictions es auf dieser Welt gibt, die nicht veröffentlicht wurden. Also wir sehen ja jetzt auch hier nur einen kleinen Teil und auch nur den deutschsprachigen Teil. Und ja, was soll ich noch großartig dazu anderes sagen? Wir lesen heute wieder eine One Direction Fan Fiction. Ich bin nicht bereit dafür. Ich glaube, keiner von uns ist bereit dafür. So wie immer. Also beste Voraussetzung, uns schon mal den Titel anzuschauen. Der Titel unserer neuen One Direction Fan Fiction lautet The Story of My Liefer. Herzchen Tilde 1D Tilde. Leute, ich sag's immer wieder. Titel wie diese haben einfach absolutes Potenzial, es in der Welt von Wordpad und Stories generell zu machen. Also das ist auf jeden Fall bestsellerwürdig und hat natürlich auch auf diesem Kanal hier seinen sehr berechtigten Platz gefunden. Wir gehen gleich mal weiter in den Klappentext. Wie gesagt, ich bin immer noch kein Directioner. Ich weiß nicht, was ist das? Jawad? Ich weiß es. Also sorry, Zane auch. Ich weiß leider nicht, wie man deinen zweiten Namen ausspricht. Und ich glaube, ich bin mir auch nicht mal sicher, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Malik. Malik. Der ist jedenfalls auch 20. Also ja. Lucy in Klammern 19 ist seit fünf Monaten aus dem Elternhaus. Sie ist gerade dabei, ihr Studium anzufangen, als sie die verrückte 1D-Gruppe kennenlernt. Bei der Studiumsstunde kennenlernte. Was sich mit Liebe einversucht, Hass und viel mehr abspielt. Das ist ein richtig aussagekräftiger Klappentext. Also da kann ich gar nichts mehr, kann ich gar nichts mehr weiter dazu sagen. Also Lucy ist jetzt plötzlich 19 und nicht mehr 17. Und was auch immer, eine Stund, Stund-Dims-Stunde. Das, da steht ja nicht mal Studiums. Also bei der Stund-Dims-Stunde. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht haben das ja schon mal Leute von euch gemacht. Schreibt mir gerne, was eine Stund-Dims-Stunde ist. Offensichtlich kann man da bei One Direction kennenlernen. Und ja, also auch dieser offene Satz ganz am Ende, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Deswegen, wie gesagt, der Platz dieser Story auf diesem Kanal ist absolut verdient. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal ins erste Kapitel. Let's go. Herzchen Füller. Wir haben ein Bild in der Kopfzeile und zwar dieses, was mich so richtig krass an so eine, ich weiß nicht, ist das 2014 Tumblr oder so. Ich hatte mit 2014 keinen Tumblr, aber ich kenne halt diese, diese Bilder von damals. Und das hat so einen richtigen Vibe, so von 2014 Tumblr-Girls irgendwie. Oder war das anders? Vielleicht ist es auch 2014 Insta-Girls. Und das ist so, wo dann so ein Hashtag drunter kommen würde. Every Blondie needs a Brownie oder so. Und dann haben die sich halt so jetzt die Haare zusammengeflochten in ein Herzchen. Und tragen natürlich auch die Sister-T-Shirts. Ach, da steht sogar Sister from another Mr. Sister. Wow. Das ist wirklich 2014 Instagram. Das ist, also es wird, die Details, es wird wirklich immer schlimmer. Ja, ich hatte 2014 noch kein Instagram, aber wenn ich mir anschaue, was ich früher, also als ich dann angefangen habe mit Instagram, was ich früher teilweise hochgeladen habe, das, also ich weiß auch nicht, warum wir alle mit 14 oder 15 Jahren oder auch schon mit 13 so eine Zeit hatten, wo wir so voll an der Realität einfach vorbeigerannt sind. Ich weiß nicht. Warum haben wir gedacht, dass so was cool ist? Ich kann's, ich weiß ja nicht so. Punkt Lucy PUV, Punkt. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, ob Lucy jetzt wirklich 17 oder 19 ist. Aber wahrscheinlich dadurch, dass sie mit dem Stream angefangen hat, wird sie wahrscheinlich 19 sein. Hoffen wir, dass sie 19 ist. Na toll, seufzte ich, als ich noch sah, was zu tun war. Ich nahm mir den letzten Karton und brachte ihn in die Küche. Zum Glück gleich fertig. Perverse Emoji. Das ist so ein Emoji, egal, egal, was ihr schreibt, egal, was ihr für einen Satz schreibt. Sobald ihr diesen Emoji dahinter packt, es wird sofort, es wird sofort einfach richtig, richtig unangenehm. Ja, wisst ihr was, schreibt einfach mal irgendeinen Satz in die Kommentare und packt den Emoji dahinter, dann werden die Kommentare ein absolutes Cringe-Fest wahrscheinlich. Zehn Minuten später war ich fertig. Ich rufe noch schnell am Studium an. Okay. Ich rufe am Studium an. Dass ich mich anmelden kann. Ich will Musik studieren, das geht ungefähr ein Jahr. Girl. Okay, okay, okay. Das habe ich nicht kommen sehen, dass sie jetzt tatsächlich Musik studieren will. Also, ich kann ja mit voller Stolz sagen, dass ich Musikstudent bin. Ich bin jetzt Ersti. Ich habe meine Eignungsprüfung bestanden. Und das geht nicht ein Jahr. Also, du brauchst für den Bachelor, das sind halt sogar acht Semester und nicht sechs Semester, zumindest hier in Deutschland. Aber vielleicht, wo sie da ist, vielleicht studieren die da nur ein Jahr, was weiß denn ich. Aber ich studiere für meinen Bachelor auf jeden Fall acht Semester und dann nochmal, wenn man denn sein Master machen möchte, dann diese Zeit noch hinterher. Aber hey, Lucy studiert für Musik dann halt nur ein Jahr. Wenn ich das erste Semester fertig habe, werde ich vielleicht als Musiklehrerin an der Schule oder als BZW in einem Musikladen oder sowas. Musiknoten. Mittlerweile bin ich am Studium angemaltet. Nächste Woche geht's los. Ich lief geradeaus zur Küche, um mir ein Glares Wasser zu besorgen. Herzchen. Ich ging schnell duschen und setzte mich danach auf dem Sofa und schaltete den Fernseher an. Irgendwann wollte ich nicht mehr und legte mich schlafen. Herzchen, 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 Herzchen. Es ist so wie alle anderen Fanfictions, also 1D-Fanfictions auch. Wir haben einfach ganz viele Herzchen. Also da haben wir schon wieder ganz viele Herzchen. Wird Zeit, dass wir den Hashtag ganz viele Herzchen wieder auferleben lassen. Kapitel 1. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Grünes Herzchen, eure Meinung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Herzchen. Gebrochenes Herzchen. Herzchen in allen möglichen Variationen. Daumen nach oben, glitzerndes Herzchen, Krone. Orangenes Buch, blaues Buch, grünes Buch. Was ist das? Ein Kaktus? Ne? Was ist das? Tulpen? Ne, was ist das? Keine Ahnung. Party. Ein Stern. Irgendwelche Briefkästen. Und eine Schere. Und diese Masken. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Das nächste Kapitel hat den unfassbar ausseilkräftigen Titel Job. Was auch immer das ist. Punkt Lucy, Tilde. Eins Woche später, Tilde Punkt. Ich wachte langsam auf und sah, dass die Sonne aufging. Heute war mein erster Tag im Studium. Ich stand auf und ging duschen. Danach zog ich mir eine Skinny Jeans und eine weiße Bluse an. Dazu nahm ich noch meinen Schal und meine Vans. Sie hat wirklich gerade den Klischee-Referendariats-Stil beschrieben. Also zumindest von dem, was man immer so als Memes sieht. Also halt so Vans, Skinny Jeans und so ein weißes, entweder weiße Bluse oder einfach so ein weißes T-Shirt und dann so ein Schal. Also an alle Referendare, die das hier sehen sollten. Alles gut, ne? Aber das ist halt, es kristallisiert sich heraus, dass sie wahrscheinlich Lehrerin sein will. Ich nahm meine Handtasche und mein Handy und lief runter. Es war 7.55 Uhr, der Bus kommt um 8.30 Uhr. Also hatte ich noch Zeit. Trotzdem nahm ich meine Handtasche, mein Handy und zog meine Schuhe an und lief los. Sie hat auch gerade eben schon ihre Handtasche und ihr Handy genommen. Aber hat sie wahrscheinlich dann nochmal genommen. Am Bushaltestelle angekommen, stöpselte ich mir meine Kopfhörer ein. Es war mittlerweile 8.25 Uhr. Als der Bus kam, stick ich ein. Es war relativ leer, außer hinten. Hinsaßen vier hübsche Jungs. Der eine stach besonders ins Auge. Und jetzt, meine Freunde, wir können jetzt Wetten abschließen. Wer ist der Dude von One Direction? Wer sollte es auch anders sein? Aber wer ist der Dude, der ins Auge sticht? Wird es Harry Styles sein? Wird es Zane sein? Wird es Louis sein? Sind die anderen überhaupt mit dabei? Wie auch immer. Ich place jetzt einfach mal meine Wette und sage, dass es auf jeden Fall Harry Styles sein wird. Aber ja, schreibt es gerne in die Kommentare und will ich es jetzt weiter. Er hatte Locken und sehr helle grüne Augen. Klingt ja schon mal sehr nach Harry Styles. Alle vier starrten zu mir, als ich mich hinsetzte. Ich ignorierte die Jungs vor mir. 20 Minuten kam ich am Studium an. Ich stick aus und lief zu Sekretärin, die denn Folgendes aufrief. Sagen, Harry, Liam und Louis bitte ins Büro. Sie kamen auf mich zu und fingen an zu sprechen. So, Kindchen, die vier Jungs, die gleich kommen, sind in deiner Klasse und werden dich begleiten und dir alles zeigen. Ja, sag mir, dass du definitiv kein Student bist, ohne mir zu sagen, dass du kein Student bist. Also, wer, niemand nennt dich dort Kindchen. Ja, also, guck mal, wenn du Ersti bist, so, das ist dein erster Tag an der Uni. Du kannst einfach von Glück reden, wenn du überhaupt irgendwelche Leute kennenlernst oder so. Also, jetzt Personen wie ich zumindest, die damit jetzt gerade in sehr großen Unis eher ihre Probleme haben, da kannst du froh sein, dass überhaupt jemand mit dir spricht, so. Das wird, glaube ich, auch alles generell sehr romantisiert. Aber halt so, die vier Jungs, die gleich kommen, sind in deiner Klasse. Also, es gibt halt auch, je nachdem, wie groß die Studiengänge sind, gibt es natürlich auch teilweise Kurse, die wirklich nur Klassengröße sind. Das heißt, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber halt, die sind auch dann wahrscheinlich schon weiter als du, oder nicht? Es kann zwar auch passieren, dass du halt mit Leuten, die jetzt zum Beispiel mehrere Semester über dir sind, im gleichen Kurs bist. Nee, keine Ahnung, es klingt einfach so schullike, aber wir sind ja nicht mehr in der Schule. Okay, wie viele Kinder sind in der Klasse? Es sind auch keine Kinder in der Klasse. Also, die Leute, die studieren, sind, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Leute, die studieren, sind keine Kinder mehr. Zehn. Sagte sie und machten irgendwelche Unterlagen. Was gibt's, Simone? Er tönte eine Stimme hinter mir. Ach, Jungs, da seid ihr. Das ist Lucy, sie ist neu und das ist euer Schützling. Lucy, das sind Harry, Liam, Louis und... Was ist denn... Was ist denn Liala? Was ist denn das? Liala. Liala. Ich gucke gerade auf meine Tastatur, um rauszufinden, was gerade schiefgegangen ist, dass aus Zane Liala geworden ist. Ich versuche gerade wirklich rauszufinden, was sie da getippt hat, dass sowas passiert. Ich lächelte sie mir zu. Ich drehte mich um und sah zu den Jungs, die mir im Bus schon begegnet sind. Ich lächelte und alle lächelten zurück, außer Harry. Natürlich lächeln alle zurück, außer Harry. Sie sprachen noch kurz mit der Sekretärin und danach zeigten sie mir alles. Die waren sehr nett. Nach der Schule bin ich auch schon zum Hotel gelaufen, wo ich vorübergeh... gehend bin. Ich werde diese Woche bald zu den vier Jungs zirren. Das kann was werden. Ganz kurz Kontext. Sie wohnt im Hotel. Ich meine, okay, ich hätte dieses Geld jetzt als Student, als Ersti, nicht, dass ich im Hotel wohnen könnte. Für eine Weile. Und wie random kam das jetzt, dass sie zu den Vieren ziehen soll? Also sie hat sie im Bus gesehen, hat kein Wort mit denen gesprochen und jetzt auf einmal, ja, ach nee, ich ziehe jetzt zu denen und so. Easy oder was? Hä, ich verstehe es nicht. Außerdem wäre es doch halt auch für die Charakterbindung einfach gut zu wissen, was studiert sie. Was hat sie so für Hobbies oder so? Ich weiß ja nicht, aber halt sowas, keine Ahnung. Vielleicht ist das ja aber auch out, was weiß ich nicht. Das ist auch das Ende dieses Videos für diese Geschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, ob ihr wollt, dass wir das weiterlesen. Bis jetzt ist es ja sehr vielversprechend, würde ich mal sagen. Und ja, dann lasst mich das natürlich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr möchtet, dass wir diese Story weiterlesen. Das würde natürlich bedeuten, dass wir dann weiter in diese unfassbar krasse Cliffhanger-Geschichte eintauchen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über jeden Daumen nach oben und über jedes Abo. Schaut gerne in den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbei und hört auch gerne mal in den Podcast rein. Den gibt es auf Spotify, Google Podcast und so weiter und so fort. Also gefühlt überall. Ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal. Bis dahin, LGME. wir schauen, mal uns niene achei. In Fall ist es tatsächlichльig, bei ihr wisst, alle Rita-Durren und für dichet Vielen Dank.